Das Mineralogische Museum der Uni Bonn präsentiert die Sonderausstellung Heavy Metal. Der vollständige Titel der Ausstellung ist Heavy Metal, Minen, Minerale, Metalle. Und er soll einen Zusammenhang bringen zu den Metallen, dass die aus Mineralen stammen. Die meisten Leute sehen den Zusammenhang gar nicht. Die Ausstellung gibt Beispiele für zahlreiche aus Mineralien gewonnenen Rohstoffe, die wir in unserem Alltag wiederfinden. Wolfram, das wissen viele nicht, ist so ein kleines Gewicht in ihrem Handy, um diesen Vibrationsalarm auszulösen. Sie brauchen gar kein Vorwissen, das ist immer ein Anliegen von mir, dass jeder hier was mitkriegt. Also wir haben eine Station für Kinder. Sie sehen, Sie können sich einfach nur an der Ästhetik dieser Minerale erfreuen. Wir haben einfache Einleitungstexte, aber wir sind eben auch ein Universitätsmuseum und wollen natürlich auch, dass die Studenten was lernen. Aber Sie kriegen so einen Blumenstrauß an Angeboten und jeder kann sich das aussuchen, was ihn anspricht. Die Sonderausstellung Heavy Metal können Sie sehen und erleben vom 14. Dezember 2014 bis 20. Dezember 2015.